Nur noch wenige Stunden bis zur Entscheidung der US-Notenbank über die nächste Leitzinserhöhung und der Markt ist ziemlich nervös, das kann man glaube ich aktuell so sagen, wenn man sich die Umfragen anschaut. Ich erwarte eine erhöhte Volatilität, aber ob ich wirklich heute die Volatilität trade, das werde ich euch gleich einmal aufzeigen, denn die Situation ist ziemlich anders als zur letzten Woche, wo wir ja noch die Inflationsdaten bekommen haben. Deswegen einmal hier ein kurzes Update von mir zu meiner Einschätzung, wie die aktuelle Situation aussieht und was wir heute Abend erwarten könnten. Wenn euch das Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zunächst einmal, ich habe euch auf Twitter gefragt, ob ihr für heute Abend ein kompaktes Video haben wollt oder einen Livestream, ihr habt abgestimmt, deswegen gibt es heute Abend einen Livestream, ich werde um 19.30 Uhr live gehen. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, ihr könnt hier die Benachrichtigung auch aktivieren und dann werden wir uns das heute Abend gemeinsam anschauen, wie die Märkte darauf reagieren, auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Man muss sagen, die Situation hätte nicht unterschiedlicher sein können, wenn man das Ganze vergleicht mit der letzten Woche, wo wir die Inflationsdaten noch bekommen haben. Da sind wir ja ziemlich bullisch reingelaufen, die Hoffnung war groß, dass die Inflationsdaten geringer sind als die Prognosen. Dann kam die Enttäuschung und wir wurden sehr stark abverkauft, wir sind ja da auf knapp 23.000 US-Dollar hochgelaufen und haben dann hier jetzt ein Tief von 18.200 gebildet. Mit der Angst, dass wir sogar eine einprozentige Leitzinserhöhung sehen könnten heute Abend. Wir können uns auch mal die Wahrscheinlichkeiten jetzt aktuell nochmal anschauen, immer noch 16 Prozent, also die Wahrscheinlichkeiten sind noch da natürlich. Es kann passieren, dass die US-Notenbank das macht, aber es ist natürlich jetzt wahrscheinlicher, dass wir immer noch die 75 Basispunkte sehen. Und wie es so immer ist mit der Psychologie der Märkte, je nachdem wie die letzten Tage liefen, so ist der Markt auch irgendwie eingestimmt. Ich habe mal eine Umfrage gestartet auf Twitter, was ihr denn denkt, was passieren wird heute Abend nach der Leitzinsentscheidung. Und interessanterweise sagen hier knapp 46 Prozent, dass wir eine bärische Reaktion sehen an den Märkten. Das könnte auch etwas Bullisches sein, dass die Mehrheit hier sagt, dass wir abverkauft werden. Da bin ich mal gespannt, ob die Mehrheit jetzt hier recht hat oder wie so oft nicht recht hat. Nichtsdestotrotz beispielsweise hier auch von Bloomberg eine frische Meldung, dass wir wahrscheinlich natürlich die 75 Basispunkte sehen werden. Aber mit der kleinen, aber wichtigen Randnotiz, dass die strikte Geldpolitik der US-Notenbank bis 2025 bleiben wird. Auch Goldman Sachs sagt, wir werden wahrscheinlich keine Rate Cuts, also Zinsreduzierungen sehen bis 2024. Also da haben wir nochmal eine Diskrepanz von einem Jahr. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass wir 2023 immer noch eine striktere Geldpolitik sehen werden. Und damit ist es natürlich dann wichtig, was wird Jerome Paul heute um 20.30 Uhr sagen. Wird er überhaupt irgendwas Neues sagen oder wird er vielleicht auch die Märkte genau auf solche Szenarien wie Goldman Sachs oder jetzt was Bloomberg geschrieben hat einstellen? Das wäre natürlich dann auch irgendwie so ein kleiner Schocker für die Märkte, wenn er wirklich sagen würde, wir machen das jetzt noch ein, zwei Jahre so weiter. Ich glaube aber, er wird da noch so sehr vage bleiben, damit man ihn auch nicht festnageln kann. Für mich ist aktuell das wahrscheinlichste Szenario und das ist meine persönliche Meinung. Wie immer hier auf dem Kanal keine Finanzberatung, aber das denke ich, was passieren wird. Beziehungsweise das ist das Wahrscheinlichste für mich, dass wir 75 Basispunkte sehen werden und dass der Markt dann eine kleine Erholung erlebt zu dem Zeitpunkt, wo wir diese News dann um 20 Uhr reinbekommen. Wenn dann Jerome Paul anfängt zu reden, kann es dann nochmal zu einer erhöhten Volatilität kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir diese einprozentige Leitzinserhöhung sehen werden. Falls doch, das wäre natürlich ein großer Grund für einen starken Abverkauf. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir um 20 Uhr eine kleine Erholung sehen könnten. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist Volatilität und das wurde ich sehr oft jetzt gefragt, ob ich wieder die Volatilität trade. Das hatten wir ja in der letzten Woche, hatte ich euch das ja mitgeteilt, dass ich die Volatilität trade, auch schon vor dem Event. Das hat ziemlich gut geklappt, aber die Situation ist ein bisschen anders. Wenn man sich mal den Volatilitätskontrakt anschaut, geht man hier schon von einer Volatilität von 850 Dollar aus und der Bitcoin befindet sich gerade bei 940 Dollar. Und das ist hier der Strikepreis. Wenn euch das jetzt gerade gar nichts sagt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Da ist das Tutorial, das Erklärvideo zum Volatilitätstrading. Dann versteht ihr das Ganze auch mal ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, der Strikepreis, der Startpunkt ist sozusagen 18.915 Dollar. Und wenn wir jetzt einen Volatilitätskontraktpreis von knapp oder über 850 Dollar haben, bedeutet das, wir könnten 850 Dollar nach oben oder 850 Dollar nach unten von diesem Strikepreis. Und das ist schon eine Menge. Also wir könnten tatsächlich hier auf 19.700 Dollar fallen. Und wenn ich jetzt Long Volatilität gehe, also sage, die Volatilität wird größer als 850 Dollar, dann müsste der Preis entweder bei über 19.700 Dollar liegen heute Nacht oder unter 18.100 Dollar um den Dreh. Und das ist dann auch wirklich ein großer Bereich, der wirklich dann auch schwer zu traden ist. Zuletzt, als ich den Trade ja reingegangen bin vor den Inflationsdaten, war der Move-Kontrakt bei 300 Dollar. Und dadurch war es halt wahrscheinlicher, dass wir über diese 300 Dollar mit der Volatilität kommen. Jetzt ist es natürlich irgendwie 50-50, würde ich sagen, weil der Markt schon das sehr stark eingepreist hat, dass die Volatilität steigen wird. Und aus diesem Grund werde ich wahrscheinlich eher in eine Long-Position reingehen, je nachdem, wie die Situation sich jetzt hier noch abspielt. Und wenn der Move-Kontrakt hier noch ein bisschen weiter runterlaufen sollte, weil wir bis 20 Uhr hier nicht weiter nach oben gehen und hier uns in der Nähe des Strike-Preises befinden, wird sich wahrscheinlich der Volatilitätspreis runter bewegen. Und dann könnte man überlegen, da einen Trade reinzusetzen, eine Long-Volatilität zu gehen. Aber jetzt aktuell finde ich es ein bisschen gefährlich, weil der Markt halt schon so eine große Volatilität einpreist. Also das sind die wahrscheinlichsten Szenarien für mich. Ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Es kann komplett anders kommen, also genießt das mit Vorsicht. Ich habe auch im letzten Livestream vor den Inflationsdaten gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich trade einfach die Volatilität, aber wie gesagt, heute ist es ein bisschen schwieriger, dadurch, dass der Kontraktpreis schon so hoch ist. Ich habe darauf gewartet, dass wir hier schon ein bisschen runterfallen. Aber ihr seht es hier schon, wir waren nicht unter 600 Dollar, 670 Dollar sogar, hier mit dem Volatilitätspreis. Und das ist schon eine Ansage, weil im Normalfall ist es eigentlich so bei 300, 400 Dollar, wenn der Preis jetzt nicht viel macht. Und hier gehen schon viele von einer hohen Volatilität aus. Was im Idealfall wäre, dass man eine Longposition setzt, dass der dann ins Profit läuft und gleichzeitig Longvolatilität auch setzt, falls der Preis abverkauft wird, dass man da sich ein bisschen hedgt, dass wenn der Preis runtergedampft wird und die Volatilität hochgeht, dass man über den Volatilitätskontrakt dann ein bisschen Profite machen. Das war schon das kurze Update vor dem FUMC-Meeting. Wie gesagt, wir sehen uns später live. Schaltet gerne die Benachrichtigung ein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Ciao, ciao.